Ein schönes Zuhause ist viel wert. Nicht zuletzt wegen der vielen wertvollen Dinge, die nach und nach angeschafft werden. Doch das, was man sich mühevoll aufgebaut hat, kann durch einen plötzlichen Schadenfall wieder zunichte gemacht werden. Deshalb sind wichtige Fragen, wie können die Wohnung sowie Sach- und Vermögenswerte optimal abgesichert werden? Wie lässt sich vermeiden, zu viel zu zahlen? Wie vermeidet man den ganzen Papierkram? Die günstige Paketlösung, mit der sich alle wichtigen Risiken rund um die Wohnung mit nur einer Versicherung optimal abdecken lassen, heißt Gotar Wohnung und Wert. Der lückenlose Rundumschutz muss nicht viel kosten. Das gilt auch, wenn es bereits laufende Versicherungen gibt. Denn Verträge wie Hausrat, Glas, Privathaftpflicht und Rechtsschutz bei anderen Versicherern werden angerechnet und vom Beitrag der Gotar Wohnung und Wert abgezogen. Von Anfang an gilt voller Leistungsumfang der Gotar. Die Highlights im Überblick. Es gibt einen Schadenfreiheitsrabatt bis zu 30 Prozent, wenn kein Schaden gemeldet wird. Angerechnet werden bestehende Versicherungen und reduzieren lässt sich der Beitrag durch eine Selbstbeteiligung. Gotar Wohnung und Wert – die sichere Lösung.